Herr Waldemann ist gerade weggefahren. Ist weggefahren? Ja. Ich habe ihn noch gefragt, wo fahren Sie ihn hin, Herr Waldemann? Hat er gar nicht geantwortet. Als würde er mich gar nicht gesehen, hätte. Ja, Robert, ich gehe mit Walter raus. Ja, ist gut, schön. Ach, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Sie wohnen hier im Haus? Im zweiten Stock, ja. Sagen Sie, wie gut kennen Sie die Ursula Waldemann? Gut, vom Sehen. Die wohnt ja jetzt drei Jahre im Haus, jeder. Sie kennen Sie nicht näher? Näher? Ja, ich meine, wenn Sie im selben Haus wohnen, dann wissen Sie vielleicht so, was privat mit ihr los war. Privat, ja. Hatte eine Menge Bekannte. Freunde, oder? Ich weiß ja nicht, was das für Leute waren. Ältere meistens. Was meinen Sie, was da manchmal für Wagen standen? Wieso ältere Leute? Das hat doch alles für Ihren Vater, wenn der nur ein Engagement kriegte. Die Leute waren für Sie wichtig. Die dort noch sicher bei ihr landen. Wegen der Engagements für Ihren Vater. Ich will denn die Witze von dem noch hören.